hallo und herzlich willkommen bei money ja so wie ich schon von allen gehört habe haben manche probleme mit ihrer grafikeinstellung ist unter anderem dem geschuldet dass wir in den einstellungen im prinzip ja am anfang hier eine renderskalierung haben die im normalfall auf 66,5 gestellt ist dadurch wirkt alles sehr verschwommen heißt wenn ihr am anfang im menü bildschirm seid geht am besten hier erstmal auf grafik das ist auch momentan das einzige was sie einstellen könnt alles andere funktioniert nicht und stellt das ganze mal auf 100 prozent das ganze dann hier übernehmen und schon könnt ihr wieder zurück und könnt dann eure server suchen dadurch wirkt alles nicht mehr so verschwommen also ich kann euch sagen alles was weiter weg ist wird trotzdem noch einigermaßen verschwommen aussehen aber euer charakter also ja die nur wird nicht mehr verschwommen aussehen der sieht dann der sie dann richtig gut aus leute ja also denkt dran renderskalierung am anfang in den einstellungen auf 100 prozent stellen und schon habt ihr ein gut aussehenden dino am start warum ist das am anfang einstellen weil in game könnt ihr momentan nicht auf die einstellungen gehen also stand jetzt da könnt ihr es nicht mehr nachjustieren sondern ihr müsst es am anfang machen so leute ich hoffe ich konnte euch damit helfen und wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir noch ein abo like kommentar oder sonst irgendwas da ich freue mich aufs nächste video mit euch und bis dann euer mani